Jo, hallo Leute, ich bin wieder hier und ich habe diesmal ein bisschen schlechteren Nachrichten. Ich habe meine Mutter besiegt, wie man sieht, aber ich habe nicht aufgenommen. Das erste Mal möchte ich sagen, guck, hier Ende 1, juhu. Aber es hat nicht aufgenommen, deswegen ist es ein bisschen traurig, aber Isaac freut sich, ich auch, warum ich habe Worth of the Lambs geschenkt bekommen von einer ganz netten Person. Und ich sage nochmal, danke, endlich habe ich Worth of the Lambs und endlich habe ich meine dicke Mutter Eimer getötet. Aber es geht nochmal weiter, weil ich habe sie ja nicht offiziell getötet, weil ich es ja nicht aufgenommen habe. Deswegen nehmen wir jetzt, ich habe auch Judas freigekriegt. Oh, ich hole Kane, oder? Oder sollen wir es mit Judas versuchen? Komm, wir versuchen es mal mit Judas. Mit dem habe ich noch gar nicht gespielt, mit dem Juden. Bugov, was weiß ich, was kenne ich gar nicht. Uh, uh. Nice. Los, Judas, benutzt deine Judas-Power. Benutzt die Power, das werde er verraten. Ich finde es voll putzig, weil Isaac hat diese Mütze gefunden und hat sie aufgesetzt. Das fand ich voll putzig. Natürlich ist da keiner in die Luft gefetzt. Achso, je mehr ich töte, desto böser werde ich. Geil. Boah, sind voll die Negers. Ich habe keine Bomben. So, hier. Ein Herz, naja, brauche ich jetzt noch nicht. Ich werde es eh nicht schaffen, Alter, ich bin übel, der Noob. Oh, jetzt bin ich übel, Red. Bam. Dankeschön. Ich weiß nicht, soll ich den für Secret Rum benutzen oder soll ich... Ne, 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 ich riskiere es nicht. Ich hole mir lieber das Rüstungsherz, was da drin ist. Oh, sogar noch eine Bombe. Ja, dann können wir es doch noch suchen. Wahrscheinlich hier ist es. Hundertprozentig ist es hier. Es gibt sonst keine anderen Möglichkeiten. Okay, habe ich Schlüssel. Ach, scheiße, hier habe ich keine 15 Minuten, sonst wäre ich jetzt in den Shop gegangen. Wow. Okay, jetzt bin... Jetzt gehe ich in den Shop. Alter, ein Dime. Nice. Übelgeil. Lass ich noch eine Bombe in den Schlüssel für den geheimen Raum im nächsten Mal. Ähm, nicht in geheimen, wie heißt das denn? Item Raum das nächste Mal. Ich weiß nicht, ich glaube, dass dieses Buch ist, das ist bestimmt Damage ab für eine bestimmte Zeit. Ich gehe jetzt aber nicht opfern an dem Sonnensternraum, das ist scheiße. Also, da kriege ich voll selten was, vor allem kriege ich da nichts, wenn ich es verbrauche. Ich glaube, sogar hier wäre es gescheit, die kleinen Dinger kaputt zu machen, damit man Rage kriegt. Jupp, wäre sogar gescheit. Ist es auch, eigentlich. Jupp, und wie, Alter. Guck mal, hier ohne Probleme. Ich habe vergessen, den Ingen-Sound reinzumachen, ne? Ich habe es vergessen, ne? Aber da ist ein bisschen zu laut, ne? Sieht ihr wahrscheinlich mein däckiges Ding. Ja, okay, so müsste es passen. So müsstet ihr trotzdem hören und mich trotzdem hören, das ist ganz nice. Oh, ich wäre da fast reingeflutscht. Okay, hier gibt es nichts mehr. Bye, bye. Ein Kampfraum. Ne, danke. Okay, keine Bombe, scheiße. Da war ja hundertprozentig noch irgendwas Gutes. Oh Gott, die Schlafanzüge. Ne, das sind die Hampelmänner. Das ist der Hampelmann, Alter. Das ist doch kein Schlafanzüge. Das ist ein Hampelmann ohne Kopf. Okay, jetzt habe ich Rage, jetzt kann ich mich dir widmen. Bitch. Das ist doch für morgen, deswegen ist es ein bisschen... Wow. Ne, ähm... Ne Spielerkarte, nenne ich es jetzt einfach mal. Also auf jeden Fall keine Tarot-Karte, das ist so zwei auf... Two of Diamonds und so. Das sind halt, ähm, die Pokerkarten, genau. Das ist für, das ist nur für die richtigen Pokerfaces. Nice, Alter, mit einem Schuss. The Moon. Ich glaube, das bringt mich zum Geheimraum. Black Bean. Nice. Okay, ab in den Geheimraum. Nickel. Oh, hier ist Bomben. Bombenstimmung. Hä, das ist ja genauso konzipiert wie der letzte Raum, nur halt ein bisschen anders. Hä, what the fuck, was da ist? Achso, der ist ja Geldgeil. Der ist ja Geldgeil, Mann. Ja, ich weiß nicht, ob ich da reingehen soll. Ich habe ja nicht so viel AP. Ne, ich mach das mal erstmal. Erstmal gehen wir hoch. Und gucken, was dort ist. Oh, guck mal. Ah, scheiße, stimmt. Das ist ja Rüstungsherz. Braucht unbedingt vom Endboss mindestens ein Herz, dann können wir noch gut durchkommen. Die letzten zwei Welten werden dann richtig... Oh Gott. Oh Gott. Oh, du bist ein Böser Mann. Willst du mich verarschen? Gucken noch die Kackhaufen. Oh, ist das ein Darm oder was? Ist ein Herz drin? Ne, ist ein Herz drin. Voll lustig. Ich würde gerne wissen, was dieses Ding macht, wo das Pentagram ist. Ist ja eigentlich mein Pentagram, ist einfach nur ein Schulerstern. Moment, da, ich war doch richtig, Alter, da ist der Endboss. Ähm, sind hier noch genug her? Ne, ich glaube nicht nur ein Halbes, deswegen gehe ich lieber vielleicht zum Endboss. Guck später. Oh, Larry. Ja, Larry geht ja noch. Außer erst ist es so eine unkontrollierbare Larry fort zum Moment. Weil die unkontrollierbaren Larrys sind, die, die, ähm, keine Bahnen hier haben, sondern einfach nur komplett frei und laufen dann da, wo sie wollen. Moment, ich mach das mal. Vielleicht... Oh. Oh. Judas. Nicht so brutal. Das ist echt ein gutes Buch, muss ich mir merken. Das hol ich mir dann. Wie heißt das? Merke ich mir dann für die anderen Champions, die das Buch nicht haben, dass ich, wenn ich das Buch hinzuford mitnehme. Oh, und wie man... Sowas von sofort. Wir könnten dealen. Mit dem Teufel. Ach, was soll's? Ich muss eh noch dealen wegen Eve. Lol, das war ja so voll der Worth It, Alter. Okay, ich kann da rein, ne? Was ist denn? Hurensohn von Spiel, Mann. Oh, konnte ich da rein, weil da noch ein Full-Herz ist, Alter. So, hat sich gelohnt und bye-bye. So, Caves. Zwei. Eins. Oh, das ist ja sogar dann für ein nice Shot. Okay, wir haben Schlüssel. Wir können jetzt in den Ding gehen. In den Secret-Alten-Ruhm. Okay, da ist er ja grad. Das passt, ja. Das ist ein richtiger Wichser. Ja, komm mal, ey. Ja, Fairness. Ich konnt' nix machen, Mann. Ach so, die schwule Bohne. Die kannst du dir in deinen Puppets stecken, Alter. Ich brauch doch kein Mensch. Okay, aber hier gibt's tatsächlich keine Sterne, wenn ich unbedingt so'n Rüstungs-Herz-Block finde. Die machen One-Hits, Alter, wenn die explodieren. Oh Gott. Ich werd verrecken. Das wird kurzer Fahrtman-Fall. Oh mein Gott, ich Lackbox. Ich Lackbox. Oh Gott, ich Pechbox. Ich hasse die Viecher. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, verschwinde, Alter. Fuck you. Ich hasse Bandicam, aber ich hab keine einzige Möglichkeit. Jetzt hat's mich grad gefickt, das Bandicam. Hier. Ihr seht's ja. Aber, ne, das war ne schlechte Wahrheit. Ich bin noch zu nubig, um mit einem HP auszukommen. Ich glaube, ich haue gleich noch einen zweiten Part hinterher. mit Kane, weil Kane ist besser, finde ich, zu spielen, weil er hat zwei Herzen, er ist schnell, er ist stark und hat dieses Lucky Food. Deswegen, sehen wir uns später. Tschüss.